Geht mir noch! Jetzt haben wir uns gleich das nächste Schätzlii. Geht den Weg rein! Duda! Halt! Hey! Das war's! Sterben! Hey, was? Alter! Hälft mir mal hier drüben! Ganz schön knapp! Ich reiß dir die Eingeweide raus! Nix passiert! Nix passiert! Nein! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Huh? Mhm! Mhm! Ja, das hängt! Boah! Ah! Hier sollte ich... ... Ah, der steht genau vor dem Schatz. Hey! Was? Stirb, du Wurm! Tschüss! Erklettert! Holt ihn da runter! Das war's! Stirb! Ah, reiß dir die Eingeweide raus! Du kannst nicht fliehen! Bastard! Was? Hey, was? Da bist du ja! Du bist kein Gegner! Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest! Okay, das war's, der da davor stand. Hey! Hey, was? Absch! Ich schlitze dich auf! Hey, was? Ich spreng dich um! Cool! Okay. Gebt den Weg frei. Gebt den Weg frei. Innen haben wir noch mal einen Schatz. Dies 21, wir sind 19. Oh, nein, nein, ich bin. Oh, nein, ich weiß. Jetzt ist es. Ja, da ist der Schatz, okay. Mehr sehen wir nicht. Gut. Dieser Ort wird schwer bewacht. Der Schatz wird schwer bewacht. Der Schatz wird schwer bewahren. Stirb, du Sau! Ein einfacher Schuss! Oh! So, das haben wir auch. Gut, dann machen wir mal eine kurze Pause und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Ciao. So. Da oben war man. Da war das. Dann holen wir uns die Nebenkästen mal einen Dornen rüber. Oh! Oh! Idiotin! Bewegung! Weg mit euch! Los! Oh! Oh! Vielen Dank nochmal! Jetzt werden diese Schweine meine Poeten nicht so schnell wieder angreifen. Unsere Worte werden sich verbreiten und diese Unwahrheiten auslöschen, Bayek. Das Regime wird dich fürchten, Phanus. Das tut es bereits. Wieso sonst werden meine Poeten auf der Straße belästigt? Wirklich? Gennadios Philakitai belästigen unsere Leute in den Straßen. Sie werden immer garstiger. Das muss enden. Ich verteidige deine Poeten. Und unterstütze deine Sache. Natürlich, doch zuerst feiern wir. Dann vernichten wir unsere Opposition. Oh! Bayek! Es ist endlich Zeit, mit meinen Musen zu feiern! Solltest du nicht deine Darsteller beaufsichtigen? Wir müssen an meinem neuesten Stück arbeiten. Bayek, du musst kommen! Diese Feier überbietet hoffentlich meine eigenen in Siva. Komm, Bayek! Da! Komm, schnell! Da! Komm, Bayek! Das wird eine ausgezeichnete Nacht! Beeilen wir uns! Du wirst unser Ehrengast sein! Ich erinnere mich noch an die Feste, die wir in besseren Jahren in meinem Haus feierten. Ach, Erinnerungen! Sie sind jetzt nicht mehr so schön? Diese Philakitai ersticken unsere Feierlichkeiten! Sie verachten uns Poeten! Sie denken, sie kennen die Wahrheit! Du kennst sie besser! Natürlich! Wahrheit entspringt dem Chaos! Nicht der Ordnung! Was ist das? Ja. Was ist das? Ja. 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 Oh, das ist ein Mann! Ja. Hey, Senusid etwas. Bah! Bayek! Gennadius Philakitei! Ich hätte wissen müssen, dass diese Flegel uns folgen. Dort! Von diesem Nagen dort stammt das verräterische Geschwätz! Verschaffst du mehr Zeit! Ich muss weiter! Dafür lasse ich den... Basta! Adelphos! Ärger hier! Oh, Bayek! Die und Jägonen! Aufgepasst! Hier gibt's Ärger! Bapapapä! Objadichia! Die Melimebis sind in der Lefori amin! Warten wir auf! Gehen die Eingeweide raus! Achted! Bas! Bist! 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 Was ist das? Die Nacht wirst du nie vergessen. Sie wird hoffentlich den Geschichten Ayas gerecht. Einfach grandios, Phanus. Bayek, komm! Betritt deine eigenen elysischen Gefilde. Phanus, deine Stücke werden jedes Mal besser. Bei deinen ersten Werken hat sich einiges getan. Was macht die denn hier? Hier ist es. Hier erholen sich die Poeten Alexandrias. Warte, hast du gehört? Gennadios! Seine Männer müssen uns gefolgt sein! Wir kümmern uns darum. Komm, hol die Klinge! Ich fülle meine Tintenfässer mit dem Blut dieser Metrokoites! Sie kommen, Bayek! Schicken wir sie zu den Göttern! Gennadios lässt dich grüßen, Phanus! Litt sich auf! Dein verräterischer Schund bringt dir den Tod! Ja! Ja! Aufgepasst! Hier gibt es Lager! Zu den Waffen! Adam! Lauf! Föhr! Ihr könnt euch die Waffen-Gathäuthen holen. Lass uns die Waffen-Fanus gewinnen. Metrokoites, Sie haben meine Musen erschlagen. Drakon, mein Lieblingspoet, wird es wohl überleben. Es muss einen Weg geben, Sie für immer aufzuhalten. Bayek, wir sind nun Blutpoeten. Dies ist unsere Chance, die Menschen aufzuwiegeln. Was immer nötig ist für den Frieden. Gib mir etwas Zeit. Ich rede mit meinen Leuten. Finde ihre Verstecke. Okay. Sofas versehen. Was haben wir da noch? Fragezeichen? Dann gehen wir da mal hin. Was haben wir da noch? Tephibi! 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 Ich habe seit vielen Monaten kein mehr von euch gesehen. Was bedrückt dich, Mütterchen? Mein Sohn, Tephibi. Er ist närrisch, läuft ständig davon. Er hält sich für einen großen Denker. Seth, schütze ihn! Er war in der Nähe des Strandes auf der Suche nach einer Höhle. Er sollte schon längst zurück sein. Dann werde ich ihn für dich finden. Danke, Medjay. Okay, gehen wir gleich noch hier runter. Haben wir noch ein Fragezeichen? Du da! Halt! Dann geht's! Diese Zone ist tabu. So. Coel. Oh, Mann. Ich bring dich um! So wirst du mir nicht entkommen! Zu langsam! Irgendwas? Noch nichts. Aber hier drüben! Wer sich mit uns anlegen will, wird sich ganz schön umgucken. Klingt nach Ärger. Hey! Du hättest nicht herkommen sollen! So. Bastard! Du entkommst uns nicht! Hey! Hey! Achtung, Bastard! Du entkommst uns nicht! Was? Achtung! Was? Achtung! Du schon wieder! Danke! Die Götter segnen dich! Hey! Stör auf, du Sau! Reiß dir die Eigensweide raus! Die hat noch vielleicht nicht Schiff rein sollen, oder? Achtung! So! Genau! Dann haben wir gleich da nochmal! So! 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 Sei wachsam, Phyllis! Ja! So! 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 Was? Sterb, du Wurm! Schönen Fähigkeiten, jetzt können wir das eine kaufen. Magisch einsammeln, ja. Vergib mir. Untertitelung des ZDF, 2020